Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Genesis Alpha One. So, wir hatten viele viele Aufgaben vor uns, unter anderem die Reise auf diesen wundervollen kleinen Planeten, den wir draußen gesehen haben, um zwei Fundorte abzusuchen. Eisen, Parn, Lithium und Uran zu ernten. Für die Fundorte müssen wir mit, das machen wir dann auch als erstes. Die schnappen sich die Pflanze und zu einem Überfluss alles, was sie sich irgendwie zusammen glauben können und damit machen wir dann später irgendwas schönes. Aber bis dahin, wenn wir mit der großen Pistole arbeiten, einfach weil ich sie ein bisschen in Action sehen möchte, und da ist schon ein Satellit, der bestimmt wichtige Informationen für uns hat. So, überstrahlt. Ähm. 40%. Ist gut. 60%. 80%. 30%. Heilt mich fest. 50%. Ich bin echt lausiger Schütze. 50%. 40%. 60%. 50%. 50%. 50%. 50%. 50%. 50%. 50%. 60%. 50%. Was kriegt ihr hin mit euren Energiewaffen? Alles gut. Abgestürztes Raumschiff. Naja, kein Raumschiff. Das ist gelogen. Das ist auch nur in der Affäre. Und Shuttle. Und, was ist es? Eine Waffe, aber was für eine? Rotnik B1 Diese Fortschrittlichkeit, die transportiert geeinzelte Rohstoffe von Hangar, die scheint besser zu sein als das, was ich habe. Potenziell. So, jetzt sollte man vielleicht noch zum Raumschiff zurücklaufen und nicht in der Prärie umirren. Einfach dem Geräusche nach. Da ist es doch. So, die haben fleißig geahntet und dann können wir... 10 9 Launch sequence activated 7 6 5 4 Hostile! So, der Rest hängt draußen dran. Das machen wir dann im Landevorgang. Alles weg. Nix. Alles sicher. Alles gut. Sehr schön. Das hat sich auf jeden Fall mal gelohnt. Wisst ihr, was ich noch gerne machen möchte? Aha. Aha. Das ist natürlich blöd. Ich habe keine Munition. Für die Pistole. Also arbeiten wir hauptsächlich mit diesem Spönenbrachstück. Macht es dann mehr Sinn. Und mit der Pistole kann ich ja dann später irgendwann ballern. So, und während die Jungs und Mädels ihren Job hier machen, werde ich einfach mal rüberhüpfen auf das andere Raumschiff. Zu den anderen dort. Das haben wir ja geforscht. Neuer Fundort. Und wir haben Biomasse. Ja, und wir versuchen es mal. Zweifelsfall muss ich einfach rechtzeitig zurückhüpfen. Dieses Limspunkte-Defizit. Das ist natürlich eklig. Aber irgendwas gibt es ja immer. Sehr gut. Noch ein paar von diesen Geschützen. Die großen Punkte reparieren funktioniert nicht. Da ist der Bio-Repair. Schade, 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 schade. Scannen kann man die auch nicht gut. Andere Frage ist. Kann ich von hier aus irgendwas mitnehmen? Mit mir. Häh, die Energie verbreitet. Ich komm. Ah, man muss noch nicht besser zielen. Oha. Medizinische Fortschritt. Okay, Atemluft nicht gut. Ich hab nicht genug Resistenzen gegen diese Atemluftversäuchung. Ja, das sollte man vielleicht nicht durch. Die Brücke. Wir sind schon mal bei der Brücke gut gelandet. Das ist schon mal sehr schön. Hat Vorteile. Ja. Wir hätten jetzt eigentlich schon wieder Munition gebrauchen. Access granted. Ja, wir machen die Waffen noch ein bisschen leer. Und dann holen wir uns dort in die. Okay. Dich warte, denn ich bin mal zu. Auch wegen dem Giftgangs, was da oben rum fliegt. Ah, geht schon kaputt. Ich schieße mich wirklich so schlecht. Ich kaff das nicht so gut, dass es kaputt geht. Nö, tue ich nicht. Ganz offensichtlich. Und wie kommt man hier weiter? Bitte, natürlich. So, Biomasse haben wir. Jetzt nur noch den Fundort. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier falsch. Aber das Gute ist, das Schiff scheint nicht so groß zu sein. Ich habe so ein bisschen diese Biomaterie hier dahinten, die medizinischen Labors, für die ich nichts anfangen kann. Und dann war es das auch schon. Und dann ist der Biotank. Ich bin oben im Biotank. Das ist schon mal ein weiterer Fortschritt. Und dann haben wir hier noch gegenseitig. Das ist toll. Ich habe noch keine Kreatur getötet. Ich habe noch keine Kreatur getötet. jetzt geht mir die munition aus wow so viel zufrieden mit nix Alien-Forschung. Schauen wir doch mal rein. Schade, kann ich nichts forschen, nichts mitnehmen. Irgendwie traurig. Ich könnte wirklich mal einen Hinweis gebrauchen. Wo ich was finde. Hm. Äh. 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 So, schnell in die Atemluft zurück. So, immer noch nicht in Atemluft. Hm. Hm. Oh, das ist der Fundort. 20%. Ich habe gleich keine Munition mehr. Aber das nächste was ich mache ist mich wegbiegen. Bei der Skala. So, alles was wir brauchen. Bio-Mass haben wir gefunden. Okay. Bin weg. Äh. Zurück zum Schiff. Was immer das war. Neuen Fundort habe ich wohl nicht entdeckt. Schade. Äh. Wie auch immer. Wie auch immer. Neuen Fundort gekriegt. Hm. Hm. Bin da ein bisschen überfragt wie ich das lösen soll. Äh. Was ich auf jeden Fall machen muss ist meine Ausrüstung aufmessen. Wieso haben wir hier keinen Waffenschrank stehen? Im Ernst. Ich muss dann immer wieder rüber zur Brücke. Äh. Andere Richtung. Nein. War schon richtig. Oder zumindest zur Werkbank. Und das alles. Und das alles nur. Okay. Die kleine Pistole. Das machen wir mal wieder weg. Das macht keinen Sinn. Wenn ich die Munition dafür nicht bauen kann. Entfernen. Die könnten wir wieder reinmachen. Weil für die haben wir die Munition. Haben wir ja mal Patronen. 300 Schuss. Vielleicht ein bisschen weniger Bums dahinter. Aber. Ist in allem okay. Ah. Die schweren Patronen. So. Dann schauen wir nochmal schnell nach. Was können wir bauen. Barrieren könnten wir bauen. Aber. So. Okay. Wir haben hier den Robotnik. Das ist unsere. Diese fortschrittlichen kleinen Maschinen. Transportieren geäntete Rohstoffe in den Depot. So Raffinerie. Okay. Wir haben hier den Robotnik. Diese fortschrittlichen kleinen Maschinen transportieren geerntete Rohstoffe von unten auf Energie. Der beste Freund hat dem den Clou. Die weiße Ausführung. Ach, im Ernst, weiße Ausführung? Aber schneller. Ja, viel schneller und deutlich stabiler. Ah, ah. Okay, wäre natürlich sinnvoll gewesen. Das Kaleber können wir immer noch nicht bauen, wegen der Umwandlung, die fehlt. Das Ding kriegen wir auch nie hin. Na gut. Ich werde nochmal rüber hüpfen. Das heißt, wir werden zuerst mal woanders hin hüpfen. Neue Materialien wurden geöffnet. Das Ding ist leer. Ja, wegen dem Fundort. Wir nehmen Uran zuerst mit. Das da ist leer. Dann können wir da nochmal hinfliegen und da nochmal. Und in der Zwischenzeit Werden wir uns Mit dem anderen Schiff nochmal vergnügen und da mal rumschauen und mal schauen, was wir denn machen können. Wird da wohl irgendwo eine Lösung geben, dieses Dingen. Neuer Fundort-Zeug zu finden. Könner Planet, aber wir haben nicht so viel Zeit, weil die ganze Biomasse wieder sich gegen uns schwimmen will. Ich muss jetzt mal ganz schnell den Fundort finden. Oh, toll. Das ist aber Schluss. Minigun Ja, großartig Wie weit seid ihr? Mach mit Jede Planet ist deutlich spätlicher als die anderen Rad und Voll Rein da, rein da, rein da, schneller Schade, nicht mehr genug Biomasse mitgeholt Ah, was soll's Es ist sehr ruhig Aber das da gefällt mir nicht Hat auch keiner Spaß von euch dran Diese Dinger kaputt zu machen, oder? Ach, da wuchert was Lassen wir mal Geht schon wieder weg Irgendwie haben sie recht damit Er sagt, geht schon wieder weg Der Käpt'n räumt ja auf Ich bin mir nicht voll wie der Käpt'n Sondern wie die Putzfrau Was für ein Volk Oh, hier mal vorankommen die beiden So Ich werde kurz nachladen Ich werde mal überlegen, ob ich die Pistole behalte Ja, doch Wir haben davon so viel Munition gebaut Können wir sie jetzt auch mal verschießen Ich persönlich möchte hier einfach nur wissen Ob, wenn ich, äh Wenn ich jetzt da drüben bin Da drüben, aber hier Ob ich denn irgendwo dieses Dinge finde Was für uns gedacht war Also dieser Fundort Ich meine, wir haben jetzt hier eine Waffe, Ausrüstung oder sowas gefunden Da bin ich auch kalt rot rum War ganz toll Oh, hier wird ja nichts angezeigt, wo was zu finden ist Brücke Ausrufezeichen Aber was heißt Ausrufezeichen? Das ist nochmal eine gute Frage Medizinische Forschung Biotank Da war ich überhaupt schon Da war ich noch nicht Bis zum Antrieb Und hier drüben Bei der Raffinerie Ausbrennt war ich noch nicht Hm Hier drüben Rein und raus Das ist hier abgebaut Und, äh Mitgeholt Und wieder zurück Sehr kurzatmig Sehr, sehr kurzatmig So, wo ist es weiter? Ich kann einmal durchstarten Und wieder zurück Und wieder zurück Immer schön atmen Nicht aufhören So lange Atemluft da ist Immer schön durch Das ist nichts Glaube ich Keine Ahnung So können wir wieder zurückgehen Okay Jetzt Ruhe Und so Und weiter Und weiter Depo Depo Der guckt den Kut Depo Also Soweit die Tür zu ist Ah ja Au, 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 da war ich zu lange weg. Das Stift zieht nach. Könntest du durch das Depot durchstarten und was auch immer da hinten dran ist. Raffinerie. Wir haben ein richtiges Lager und nichts drin. Hm. Nö. Ah, ich habe gehofft, dass ich hier irgendwas einfach nur scannen muss. Aber das hilft leider auch nicht wirklich weiter. So, ich kann zwar viel kaputt machen. Das ist ein bisschen was von Anfänger. Level, wo man dann lernt, das muss man machen. Mit Atem. Ich muss geballere wenigstens was zu nutzen. So, außer dass ich Munition und Suppe brauche. Unterkündung, da war ich nicht. So, ich kann nicht. Life Systems Operational. Hm. Da hätten wir aber nicht so lange durch. Alles irgendwie so unbefriedigend. Life Systems Operational. So, Alienforschung, Alienforschung. Das haben die sich hier auch anders vorgestellt. Nach dem Motto, wir forschen die Aliens und nicht die Aliens übernehmen unser Wohnquartier. Das ist ein Wohnquartier. Auch nichts zu finden. Ich muss das nicht scannen. Irgendwann noch im zweiten Schrank. Aber nichts zu finden. Okay. Ich habe mich erledigt. Life Systems Operational. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas machen muss. Um dieses luminöse Ding ins zu kriegen. Um diesen Fundort. Okay, wo waren wir noch nicht? Biosphäre. Und nach dem Giftgast da. Dann habe ich so ziemlich alles gesehen. Ja, vielleicht dieses Depot nicht, Lager oder was das ist. Hier zur Biosphäre plus was auch immer hier alles ist. Vielleicht kriegen wir einen Hyperantrieb. Das wäre doch noch schick. Warum schieße ich da hin, weil ich nicht weiß, ob das hier eines Gewächs ist. Von den Alien her. Die man ausrotten muss, bevor es, egal. Bevor es dann tatsächlich irgendwelche Bio-Angriffsmittel gegen uns ins Feld wirft oder so. Wenn man mitnehmen kann man es nicht. Ich habe noch was gepusht. So, die Klonabteilung können wir gleich mal schauen. Ich finde, deren Biosphäre ist wirklich gut in Ordnung hier. Das ist schlecht, wenn die Alien-Nester in der Biosphäre kamen. Ich gehe zurück zu meinem Zugang. Äh, wo war der Zugang? Nein, da war nicht. Da muss er da gewesen sein. Nein, da war auch nicht. Ah, ja, hier. Da sind wir sogar schon besser ausgerüstet. Mittlerweile sind wir sogar schon besser ausgerüstet. Das müssen wir bei meinem Raumschiff vielleicht auch irgendwann mal einbauen. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Wie ein Vorteil es hat, Zugang zu haben. Zugang zu was? Noch ein Zugang. Hm. Reaktoren. Und wieder zurück. Tief durchatmen. Ganz ruhig bleiben. Wir werden mal kurz die Waffe wechseln müssen. Überantrieb entdeckt und ich kann ihn trotzdem nicht mitnehmen. So. Jetzt brauche ich ein wenig mehr Informationen. Wir hatten echt große Raffinerien stehen. Raffinerie und die riesige Kisten. Da waren wir. Da waren wir. Da waren wir. Da waren wir. Da waren wir noch nicht. Da muss ich durch diese Giftgaswolke. Da war ich noch nicht. Im eigentlichen Sinne. Na ja. Dann mal los. Und wieder zurück. Durch den Biotank kommen wir durch ohne Schaden. Das ist gut. Hier müssen wir kurz durch sprinten. Und wieder zurück. Und wieder hin. Und wieder zurück. So. Ja. Jetzt habe ich schon geschlafen. Was mache ich mit den ganzen Informationen? Kamera. 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 Da sind Symbole. Kamera. Symbol. Da war Kamera, Symbol und Computer. Kamera und Computer. Kamera. 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 Korridore. Kamera und Computer. Also überall wo man so ein Terminal bedienen kann, da ist noch ein Terminal abgebildet. Das ist theoretischer Natur. Da im Lager. Hier in dem Lager waren wir noch nicht. Ja dann. Muss ich wohl. Hm. Nee. Muss ich nicht. Muss ich anders machen. Jetzt stehe ich richtig. Äh. Hier in den Gang scheine ich auch noch nicht gegangen zu sein. Vielleicht bin ich gelohnt. Hm. Gerade aus Depot. Dann holen wir uns noch mal einen Atem durch für den nächsten Anlauf. Äh. Und dann. Ab durch hier. Hier. Da ist Lager. Da ist Lager. Ich hab' geschaut. Ich weiß nicht wie ich an den Fundort rankomme. klar. Danke schön. Ich hab' geschaut. Ich bin erfragt. Nochmal kurz zum nachdenken. Hier ist kein Terminal. Kein Terminal. Terminal. Also mit Alienforschungen. Also geradeaus durch, 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 durch. Und rechts das Ding. Rechts beim Treibhaus schauen wir mal auf was einloggen können. Naja, wenn das nicht geht, bin ich mit meinem Lattein am Ende. Fehlgeschlagen, ja gut, das hatte ich erwartet, aber ich wollte trotzdem probieren. Das ist die richtige Richtung. Das war auch klar. Wunderbar, nein. Reaktion, nein. Hier, nein. Haben wir es versucht. Haben wir es. So. In der Giftkammer waren wir doch nicht. Haben wir es noch nicht versucht. Dann. Wunderbar, nein. Wunderbar, nein. Wo ist das Terminal? So. Hmm. Jetzt hab ich wirklich alle Gefeuer dadurch. Wegen, 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 wegen. Kennen wir den nochmal? Nein! Okay, das war lustig. Nicht unbedingt zielführend, aber lustig. Verschwinden wir noch mal. Dann wirst du uns wohl teleportieren. So, Dankeschön. Hallo? Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil wieder ein Raumschiff, das wir nicht abgeschlossen haben. Weil, wie auch, ich weiß nicht, wie man an die Dinger da dran kommt. Hm. Na gut, machen wir die Truppe klar. Äh, Wachzütteln. Äh. Wir haben ewig gebraucht. Oder ich war nicht so lang weg, wie ich gedacht hab. Hat sich einfach nur ewig für mich angefühlt. Ich geh mal kurz den Raffinerie-Kindern hier helfen. So, nächster. Wird so unruhig. Mal weiter. Der Zukunft entgegen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Planeten an und holen das Eisen. Und vielleicht kann ich was verbauen. Wie viele Ressourcen habe ich? Ich habe 30 Rahmen. Damit kann man was anfangen. Ein Energiemangel. Wir brauchen einen besseren Generator. Hier Reaktor. Bisschen Kabel, bisschen Rahmen. Und dann steht der letzte Reaktor. Na, dann stellen wir ihn halt eben auf. Ich wollte es zwar noch nicht, aber gut. Wir können dann auch Schilde bauen. Vier Module können wir bauen. Ich weiß ja nicht, wofür ich momentan so viele Schilde brauche. Aber. Warum denn nicht? Wir haben es ja im Moment. Das Übertriebwerk könnten wir auch noch bauen. Werkstatt hätte ich gerne verbessert. Unterkünfte sind wir erstmal voll. Paneel haben wir nicht genug. Schade. Beamstation. Sieben Beamstationen können wir bauen. Stellreise von einer Station zu einer anderen. Sehr nützlich auf großen Schiffen. So groß ist unser Schiff nicht. So viel reisen wir jetzt tatsächlich nicht. Biotank haben wir. Depot haben wir. Lager, Raffinerie, Roboterstation. Kann ich nochmal eine Roboterstation setzen? Macht aber keinen Sinn. Lohnlabor Nummer 1. Uninteressant. Unterkünfte. Uninteressant. Verdammt. Von den Sachen, die ich habe, brauche ich nichts. Oder die es hier gibt. Bedeutet aber, vielleicht kann ich was verbessern. Zum Verstärken Z halten. Aber was hat das für einen Effekt, wenn ich das verstärke? Das ist vielleicht mal eine interessante Frage. Was für einen Effekt hat es, wenn ich das Ganze verstärke? Da würde ich gerne was Sinnvolles verstärken. Ich habe zwar ein medizinisches Forschungslabor gesehen, aber ich kann hier kein medizinisches Forschungslabor bauen. Anienforschung haben wir. Aber Anienforschung ist das keine Medizin. Zu viel Freizeit macht krank. Ich habe es euch gesagt. Zu viel Freizeit. Seit wir das Sendings da haben. Wisst ihr, was wir wirklich verstärken sollten? Unser Hangar und vor allem hier den Knotenpunkt. Ach, jetzt brauche ich Zentrifugen, um das Ding zu verstärken. Kabel. Haben wir noch ein paar? Na gut, na gut, na gut. Lassen wir das mal. Das Zentrum ist verstärkt. Tun wir so, als wenn das richtig wäre. Äh, ich wollte hier eigentlich... Die werden größer. Was habt ihr denn da wieder an Land gezogen, Leute? Oh, oh. Ich bin gleich zurück. Ich werde mal ganz kurz... So, besser. Auch nochmal schnell nach. Nicht, dass die hier irgendwas... Wieso steht hier kein Turm mehr, Leute? Mensch, ihr macht mich fertig. Nehmen wir die Pistole. Und Licht. Also, unsere Geschütze sind noch sehr aktiv. Das finde ich gut. Irgendwo kommen sie ja her, die Gegner. Irgendwie habe ich das Gefühl von hier. Ich habe keine Munition. Wieso ist da immer noch diese keine Munition mehr? Warnung. Hä? Hm, wer weiß. Okay. Ich müsste jetzt mal rausfinden, wo der Feind sein Nest hat. Denn er scheint ein Nest zu haben. Ich habe mir ein paar Knotenpunkte zerfetzt. Äh, das müsste ich gleich mal richten gehen. Wieso? Wo denn? Ach, komm drüber. Jetzt macht es Sinn. Da hat es nur ganz peripher geklappt, was ich mir eigentlich ausgedacht habe. Was ist denn? Dass diese Geschütze hier alles wegschroten. Okay, ich hole mir mal ganz kurz den Lift. Vielleicht muss ich nochmal eine Etage hoch. Da habe ich nämlich keine Geschütztürme aufgestellt. Das vielleicht, äh, sich im Nachhinein als Fehler darstellen könnte. Also, er ist in der Erholungsphase. Alles gut. Noch jemand, der krank ist und sich in die Erholungsphase begibt. Ja, ich hole mir mal ganz kurz den Winter. Du geheilt. Also, alles gut. Das, äh, läuft. Und das Schöne ist, die scheinen wir irgendwo die Feinde zerfetzt zu haben. Irgendwo hier brutzelt was. Da nicht. Rüber wahrscheinlich. Auch nicht. Echt, die Geräusche irritieren mich maßlos. Ach, die haben mir das Ding gekappt. Highland, wo ist mein Korridor? Oh, die verschollene Weltall. Das ist eine Errungenschaft, ihr seht sie jetzt gerade nicht. Mensch, eins. Ja, großartig. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Au, Backe. Habe hier wohl massiv was falsch gemacht, ne? Ja, Gratulation. So zerbröselt der Keks nun mal. Wir können den ganzen Heckbereich noch mal neu bauen. Weil ich es einfach nicht verstehe. Das ist ja herrlich. Oh Mann. Also, was haben wir verloren? Ziemlich alles, was wir im Heck eingestellt haben. Ein bisschen Lagers übrig geblieben. Ich müsste mal in den Keller. So. Wer das Lager auch vor sich hin brutzelt. So. Diese Riesen-Bugs. Die waren... Echt Überraschung. Die waren effektiv. Nicht schön. So. Dann schauen wir doch mal. Wir bauen Korridore. Korridore sind gut. Korridore fressen auch nur Energie. Naja, so kann man sein Schiff übrigens ganz neu gestalten. Man lässt es kaputt machen und dann... Ähm... Das ist ja eine Richtigkeit. Ich war etwas verwirrt, warum das Ding nicht leuchtet und alles andere. Aber weil unten drunter die Ebene ähnlich aussieht. Deshalb so irritierend. Wir brauchen eine Raffinerie. Wir brauchen eine. Mehr nicht. Das heißt, das müsste eigentlich relativ kurze Wege sein. Lager, Depot, Raffinerie. Alles gut. Soweit. Ressourcen, Crew. Da brauchen wir erstmal nichts von. Lebenserhaltung brauchen wir hinten nichts von. Ja, die Hyperantriebe, die Kampfstation hatten wir vorne, die Schilde hatten wir oben. Also alles da. Was ging hier hinten noch zu Bruch? Lager, 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 Forschungsstation. Das hat W. Ja, unsere Alien-Forschungsstation. Dafür brauchen wir Panelen. Verdammt. Ja, das würde ein bisschen dauern, bis wir das wieder aufgebaut haben. Könnte sie mir Eisen mitbringen? Ja. Weg. So, was bräuchte ich noch? Hier mit dem Scannen, das hat ja eigentlich alles funktioniert. Da war alles leer. Jawohl. Eisen holen wir uns gleich. Dann haben wir jetzt noch Lithium und Uran. Und noch mehr Lithium und Uran. Die Raffinerie steht. Das heißt, da sollten wir vielleicht auch gleich mal Leute einsetzen. Da haben wir bestimmt ganz schön viele Biomasse verloren. An Lohnen. Warte mal, der hat uns was zu erzählen. Klonen. Du kannst mit Klonen-Terminal neue Crewmitglieder klonen Biomasse. Wird der Klonenspass benötigen? Jawohl. Klonforschung. Einige Alien lassen DNA fallen. Ja, das kennen wir auch. Alienkraft. Und die Aliens lassen manchmal Fähigkeitsproben fallen. So hat diese bestimmte Anzahl gesammelt worden, kann die entsprechende Kraft erforscht werden. Erforschte Kräfte können dem nächsten geklonten Crewmitglied hinzugefügt werden. Beförderte Käpt'ns können Gebrauch von diesem Verbesserungen machen. Klonen-Terminal neue Crewmitglieder benötigen eine leere Crewkabine. Das ist kein Problem. Klonen-Crew. Zugewiesene Klonen-Mitglieder werden Forschungsarbeiten und Klonen-Prozesse erledigen. Gefahren beseitigt. Das wollte ich hören. Okay, wir haben ganz wenig Rahmen, ganz wenig Paneelen. Und wir haben noch ordentlich Platz für Crew. Mhm. Oh, meine Biomasse. Oh, meine Biomasse war dabei. Das ist mir draufgegangen. Biomasse-Tank. Ja, hervorragend. Wer braucht schon Biomasse? Scheibenhonig. Mein kompletter Tank Biomasse ist weg. Ah, dieser blöden Käfer. Hätte ich nur gewusst, was ich da tun soll. Ja, vielleicht mehr von den Geschützen aufstellen. An den richtigen Richtigen. Die Gänge müssen halten. Mich? Die Gänge müssen halten. Da darf nichts rumgeknapst werden. Oder ich brauche Ersatzgänge. Da brauche ich immer wieder mehr Material. Hm. Tja, da werde ich jetzt mal ein bisschen dran rumrühren müssen. Und darum überlegen müssen, wie baue ich das Ganze jetzt nochmal auf, damit es halt nichts Sinn macht. Und mit meinem Material überhaupt klarkommt. Und das Resultat sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.